Ein Auftritt mit Wow-Faktor. Beim Fototermin zu ihrem neuen Film Maleficent zeigt sich Angelina Jolie ungewohnt farbig. Das pastellfarbene Plissé-Top der Schauspielerin erinnert an Blütenblätter und zaubert durch das clevere Styling eine traumhafte Oberweite. Dazu kombiniert die schöne Schauspielerin hohe Riemchen, High Heels und eine enge Hose, die die fantastische Figur der Sechsfachmama hervorhebt. Zeigt sich Angelina Jolie normalerweise eher in schlichten Farbtönen, ist dieser Auftritt ein echtes Highlight. Auch die künstlichen Nägel sind für die 44-Jährige eher ungewöhnlich. Die Haare zu einem coolen anderen Look gestylt, wirkt das gesamte Outfit trotz seines pompösen Erscheinungsbildes super lässig. Für die Sechsfachmama scheint dies der perfekte Look zu sein, denn sie strahlt über das ganze Gesicht. Das kann aber auch natürlich an Schauspielkollegin Michelle Pfeiffer liegen, mit der sich Angelina bestens zu verstehen scheint. Die beiden Frauen stehen dicht aneinander und kichern vergnügt für die Kameras.